Tja Leute, jetzt ist es endlich vollbracht, ja, ETFs sind da, die Wallstreet ist da, Bitcoinspot ETFs sind da und genehmigt worden, ach, endlich, also das war nicht gefühlt, sondern das war das übelste, krasseste Narrativ, was ich seit 2017, seit ich in DLT investiert bin, miterlebt habe, Satoshi weint wahrscheinlich, Leute, also die Wallstreet hat nicht nur den kleinen Finger reingedunkt in die Torte, sondern einen fetten Batzen rausgerollt, ja. Die Wallstreet ist da, Freunde, schauen wir mal, was das schlussendlich für die lange Sicht, für die Zukunft, wirklich mehrere Jahre oder mehrere zehn Jahre hier passieren wird und ob das DLT wirklich helfen wird oder schlussendlich dann doch eher in eine falsche Richtung mit sich nehmen wird, aber ich denke mal, alles gut, alles positiv und auch eine richtig fette, geile Werbung an dieser Stelle. So Leute, HBAR für frei in UK, in UK möchte man ja eh immer wieder, hat man es betont, dass man hier da eine Crypto Hub mehr oder weniger werden möchte und mit HBAR liebäugelt man da auch. Deswegen auch verschiedene Gesetze, Tokenisierung, Supply Shock, auch bei HBAR natürlich, das schauen wir uns auch ganz kurz an. Und das revolutionierende Update HCS20, schauen wir uns natürlich auch ebenfalls an, was das beinhaltet und vieles weitere. Also, let's fett rein hier, Leute. Freunde, bevor wir hier reinfetzen in die HBAR News, fetzen wir hier rein ein fresh gemachtes Event zwischen oder mit mir und Pionics Trade with A12626 to share up to 2000 Dollar in XRP, Leute. Also, ihr bekommt da tatsächlich sofort XRP und müsst hier nicht USDT oder USDC hier bekommen und dann, ja, dementsprechend einkaufen. Also, sofort XRP und wer zuerst kommt, malt zuerst, Leute. Ja, also ihr habt 12 Tage Zeit, ungefähr 12 Tage, 13 Stunden, wo ich das aufnehme, Deposit Bonus. Also, dementsprechend, wie viel ihr einzahlt, bekommt ihr dann die 10 Dollar in XRP, 50 Dollar in XRP und so weiter. Bis zu 2000 Dollar in XRP, ja, bei 100.000 natürlich. Und Trading-Volumen. Trading-Volumen-Bonus gibt es einen Gewinner, der 500 Dollar in XRPs bekommt. Wenn ihr die Trading-Volumen, ja, durchhebelt, könnt ihr das natürlich eigentlich sehr leicht hier erwirtschaften. 300.000 Rewards, 500 Dollar in XRP, dann Platz Nummer 2, gibt es dann zwei Gewinner und so weiter. Ja, 600.000, also hier 3 Millionen, Entschuldigung, Trading-Volumen, 3 Millionen, 600.000, 100 Dollar in XRP und so weiter und so fort. Die Regeln findet ihr hier unten, ja, Trading-Bots, ja, die Trading-Bots, wie ich euch immer wieder vorgestellt habe, auf Pionics, die gelten nicht. Ja, also hier müsst ihr tatsächlich manuell das ertraden, das Volumen und dann bekommt ihr hier eure XRPs natürlich gut geschrieben. Und wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dementsprechend, Freunde, Let's Feds, Run-Ans Trading, natürlich keine finanzielle Beratung, nur wenn ihr Bock habt und natürlich euch auskennt, könnt ihr hier mitmachen, 12 Tage habt ihr Zeit. Also, Let's Feds rein hier, weiter geht's in The H-Bar Supply Shock zum Beispiel. Hier hat unser H-Bar-Tausender hier folgendes getwittert, heute gibt es 4 Millionen Hedera-Wallets. 4 Millionen Leute habe ich schon in meinem XSL-Livestream schon mal erwähnt gehabt oder gezeigt, aber hier auch nochmal auf hedera.com. 4,1 Millionen, also 4.156.703 Wallets an der Zahl aktuell. Aber weniger als eine Million von denen, ja, oder von uns, ja, die, wo in H-Bar passiert sind, investiert sind, können jemals 50.000 H-Bar besitzen. So sieht's aus, ja, ganz normale Mathematikrechnung. Versorgungs-Schock, also Supply-Schock kommt, Leute, kommt und da H-Bar natürlich auch immer interessanter wird, auch für die Institutionen, auch für Dienstleistungen, dass man darauf aufbauen kann und so weiter, umso mehr Supply-Schock wird oder kann hier generiert werden, logischerweise. Apropos natürlich aufbauen, ja, hier hat zum Beispiel Blockstar hier eine richtig gute Zusammenfassung bezüglich Hedera hier gemacht, was ich euch natürlich ebenfalls zusammengefasst habe, weil es ja doch recht lang ist, Leute. Sowieso, trotzdem unten in der Wiederbeschreibung findet ihr alles. Also für das H-Bar-Ökosystem, hat man hier geschrieben, war 2023 das Jahr des Aufbaus. Und das haben wir euch auch schon, wie gesagt, oder wie ihr erwähnt, hier in meinem XXL-H-Bar-Livestream von vor zwei Wochen, glaube ich, war das. Hier steht zwar von vor drei Tagen, oder war das vor drei Tagen? Ach, egal. Auf jeden Fall, schaut euch gerne nochmal an, wirklich interessant. Und da die Co-Founder, CEO und Co-Founder von Hedera, H-Bar, sagen halt ebenfalls genau das Gleiche. Hedera-Token-Dienst, also HTS zum Beispiel, All-Time-High. Ja, Hedera-Konsens-Service, HCS, All-Time-High. Dann, Hedera-Smart-Contract-Service, HSCS, All-Time-High, Leute. Umsatz plus 986%. Und das ist wirklich bemerkenswert, wirklich das Jahr des Aufbaus. Also, Freunde, wir dürfen hier richtig heftig geil gespannt sein auf ein richtig geiles, hoffentlich geiles Jahr 2024, auch für H-Bar. Innerhalb des Hedera-Ökosystems wurden 106 Produkte, Dienstleistungen und Anwendungsfälle eingeführt und die H-Bar Foundation verzeichnete einen erstaunlichen Anstieg von 986% im Jahresumsatz des Hedera-Netzwerks auf 3,5 Millionen US-Dollar. Und das ist, das nenne ich wirklich schwarz auf weiß beweisbar, ja, dass auf H-Bar immer mehr aufgebaut wird. Die H-Bar Foundation erfolgt eine meilensteinorientierte Finanzierungsstrategie, wobei 95% der Mittel an erreichte Meilensteine gebunden sind, um eine ergebnisorientierte Ressourcenallokation sicherzustellen. Leute, die H-Bar Foundation hat erfolgreich Unternehmen dazu gebracht, auf Hedera zu bauen, durch die Betonung von strategischen Partnerschaften, Entwicklerunterstützung und Fokus auf Use-Case-Ideen. Ja, hier unser Shane Higdon hat hier auch, CEO von H-Bar Foundation, hat hier auch genau das erwähnt, weil die Frage war, ja, wie kommuniziert man mit institutionellen Anlegern? Ja, kommuniziert man hier, ey, kommt her und gebt uns Kohle, ja, investiert in uns, weil der Preis kann ja steigen und so weiter. Nein, man kommuniziert genau das, ich sage nicht das Gegenteil, aber man kommuniziert die Lösungen, die Anwendungen, die Lösungen für Institutionen und dessen Dienstleistungen, ja, und die Ersparnisse und so weiter, wenn sie ihre Dienstleistung, ihr Produkt auf H-Bar und dessen Ökosystem, ja, Konsensus drauf aufbauen. Genau das passierte 2023, Leute, deswegen auch HCS, 20 over 3 Millionen Transaktionen, unfassbar, unfassbar richtig geil, Leute. Natürlich hier nicht im FOMO verfallen, alles rational betrachten, aber das sind halt schwarz auf weiß Informationen und Daten, ja. Für 2024 plant die H-Bar Foundation ihre vier Hauptfonts, also Crypto Economy, Fine Tech, Payments, Consumer Engagement und Sustainable Impact, diese fünf sind sogar, zu nutzen, um die Schaffung von werteffizienten Werteaustausch, hochwertige Web3-Erfahrungen und nachhaltige Lösungen voranzutreiben. Und das finde ich einfach so genial. Die Schwerpunkte der H-Bar Foundation auf Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Zahlung, DeFi, ReFi zum Beispiel auch und Tokenisierung sollen das Gesamtwachstum und die Entwicklung des Hedera-Netzwerks fördern. Die Krypto-Industrie kann von institutionellen Investoren lernen, insbesondere hinsichtlich robuster Infrastruktur, skalierbare Lösungen und konkreter Produkt-Marktanpassung. Sehr, sehr wichtig für die Zukunft generell bei DLT, Leute. Die Zusammenführung, Leute, von institutionellem Kapital, regulatorischer Klarheit, unbedingt ganz wichtig, global gesehen, und nutzerfreundlichen Anwendungen, ja, umso einfacher, umso besser für die Masse, wird voraussichtlich die Krypto-Landschaft im Jahr 2024 prägen, einen bedeutenden Schritt hin zur breiteren Akzeptanz und Integration markieren. So sieht's aus und nicht anders und H-Bar da allen voran natürlich. Deswegen einfach Bombe, Bombe, Leute, schaut's euch nochmal an. Wie gesagt, hier die komplette News, von mir war's nur zusammengefasst und natürlich auch mein XXL-Stream zu H-Bar nochmal. Und jetzt komme ich zu HCS20, Leute. Jaja, ihr wisst ja Bescheid, wenn auf einer Blockchain oder Hashgraph oder sonst was DLT-Projekt nix vorangeht, ja, keine Updates gemacht werden, keine Upgrades gemacht werden, nix passiert auf entwicklerischer Ebene, Leute. Da würde ich mir dann Sorgen machen. Also, HCS20 bei H-Bar, Leute. Zusammenfassung, Sensus Service nutzt, ja, wo wir ja letztes Jahr auch All-Time-High gesehen haben, um Transaktionen aufzuzeichnen. Er ermöglicht transparentes Punkte-Management oder das Einschreiben von Informationen auf Hedera. Die Futures von HCS20 umfassen A-B-F-T-Sicherheit, schnelle Finalität, geringe Kosten, Energieeffizienz und hohe Skalierbarkeit. Also genau das, was natürlich auch H-Bar von Haus aus mit sich bringt. Es gibt zwei Modi. Den privaten Modus für Kontrolle über Daten, zum Beispiel für Spiele- oder Treueprogramme und den öffentlichen Modus für Transparenz, zum Beispiel für Inscriptions oder offene Sammlungen. Die Operationsmöglichkeiten umfassen das Bereitstellen von Verträgen, das Prägen, Verbrennen und Übertragen von Punkten. HCS20 validiert somit Transaktionen basierend auf dem Konsens-Zeitstempel und ermöglicht eine neue Ära für überprüfbare Punkte und Inscriptions auf der Hedera-Plattform. Deswegen natürlich auch HCS20, ja, an dieser Stelle. Es ist sowohl für Web 2 als auch für Web 3, die natürlich die Zukunft sein wird, Anwendungen geeignet und bietet Vertrauen für Kunden. HCS20 somit eine revolutionierende Art und Weise, wie wir Punkten und Informationen auf Hedera interagieren. Leute, genial, oder? Fett geile Kacke. Hier könnt ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung das Ganze euch anschauen. Auch bezüglich NFTs und Games, ja, HCS20 Toolkit. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, downloaden zum Beispiel auch, wer hier mehr technisch affin ist zum Beispiel. Das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Dann der neue CEO natürlich, Charles Atkins. Ich weiß, es mag überraschend sein, aber Landwirtschaft ist nicht nur ein Spiel auf ihrem Handy. Man kann tatsächlich einige unglaubliche Anwendungsfälle für die Tokenisierung in der Landwirtschaft hinzufügen. Was hat er uns hier per Bild getwittert? Token-basierte Präzisionslandwirtschaft, Leute. Verwenden Sie Token, um landwirtschaftliche Inputs und Outputs darzustellen. Intelligente Verträge, also Smart Contracts, verwalten die Ressource-Zuteilung auf der Grundlage von Umweltdaten, wobei HCS, also Hedera Consent Service, eine sichere Aufzeichnung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken und Ertragsdaten liefert. Die KI-Ebene wird verbessert und die landwirtschaftliche Effizienz kann gesteigert werden. Zum Beispiel, ja, Hedera und JGBD, ja, gehen ja auch Hand in Hand. Und ihr seht hoffentlich, ja, die Vielfältigkeit der Einsätze von DLT und in diesem Fall von H-Bar. Ja, also nicht nur eine Sparte oder eine Nische. So, Freunde, und jetzt komme ich zu UK. Hier von JackGordon1Read, das möchte ich 1 zu 1 unkommentiert einfach mal vorlesen, Leute. H-Bar ist für mich immer noch ein wahrer schlafender Riese. Für mich persönlich ebenfalls. Wenn Sie H-Bar haben, müssen Sie dies sehen. Wenn nicht, könnte es Sie davon überzeugen, es Ihrem Portfolio hinzuzufügen. Also ich muss gestehen, das habe ich hier schon gewusst. Sogar ein, wo es rausgekommen ist, habe ich natürlich hier für euch schon ein Video damals gemacht über das Ganze. Was ist hier passiert, Leute? Letzten September trafen sich Mitglieder des Hedera Regulierungsrates mit Lord Nutt. Das ist der nette Kerl hier. Also Lord Nutt Y. Im britischen Oberhaus, um über Blockchain und die Pogganisierung von Geldern zu besprechen. Ja, genau. Eine der Aufgaben des House of Lords besteht darin, neue Gesetze zu schaffen und die öffentliche Ordnung zu untersuchen. Hm, wieso trifft sich jetzt natürlich der Governing Council Rat von Hedera hier mit solchen Größen? Ja, auch in der Politik natürlich. Hm, ja, ich weiß nicht. Kaffeekränzchen. Letzten November hat die britische Regierung grünes Licht für den Einsatz von Blockchain in der Vermögensverwaltungsbranche gegeben. Das habe ich zum Beispiel auch bezüglich, glaube ich, XTC war das und die Handelsfinanzierung. Ja, XTC spielt da auch eine richtig krasse Rolle. Auch für euch da eine Zusammenfassung gemacht. Investmentfonds haben jetzt die Genehmigung zur Tokenisierung von der Regierung, der Financial Conduct Authority, FCA und dem britischen Finanzministerium. So sieht es aus und nicht anders, Leute. Es wird natürlich geil. Aber wie gesagt, es dauert, es dauert, es dauert. Es ist zäh und zäher, wird immer zäher. Der offizielle Bericht wird von der Investment Association verfasst. Die Investment Association ist die Handelsorganisation und Branchenstimme für britische Investmentmanager. Ihre 250 Mitglieder verwalten 8,8 Billionen an Pfund. Hm, ja, okay. Gut, gehen wir weiter, Leute. Gehen wir weiter. Durch die neue Gesetzgebung zielen sie darauf ab, britische Gelder durch DLT, Distributed Ledger Technology, zu tokenisieren. Mit der Verabschiedung des Gesetzes ist die erste Phase ihres Projektes abgeschlossen. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Also, weiter geht's. Wir bleiben nicht stehen. Der Tweet ist aber auch gleich zu Ende, Freunde. Falls sich natürlich wer langweilen sollte. Aber der, glaube ich, kann dann 1 zu 1 nicht zusammenzählen oder nicht auffassen, was ich jetzt gerade hier unter anderem nenne. Und das ist nur ein minimales, kleines Stückchen vom ganzen Kuchen, Leute. Auf Seite 10 des Berichtes lesen wir, dass außerhalb des Vereinigten Königreichs bereits eine Tokenisierung stattgefunden hat. Sie erwähnen ausdrücklich, dass Archax seine Beteiligung am Aberdeen Standard Liquidity Fund, Aberdeen, symbolisiert. Leute, finanzielle, ja, die institutionellen Finanzgiganten, die sind schon längst da. Die sind schon längst da. Und bei Hedera schon noch länger. Warum ist das wichtig? Aberdeen ist Mitglied des Hedera Governing Councils, ja. Und diese Fonds-Tokenisierung wurde über Hedera durchgeführt. Habe ich, glaube ich, euch auch ebenfalls schon zusammengefasst damals. Also nichts Neues, aber es ist da. Es passiert, es passierte und passiert wieder. Leute, wir haben nun festgestellt, dass die IA Fonds für die britische Vermögensverwaltungsbranche in Token umwandeln möchte und haben entsprechende Gesetze erlassen. Wir wissen auch, dass Hedera in gewissem Maße an der Ausarbeitung dieser Gesetzgebung beteiligt war. Ne, weil wieso trifft man sich da? Und dass sie im offiziellen Bericht erwähnt werden. So, Freunde, letzte Gedanken zu diesem Ganzen. Für mich öffnet dies die Türe für britische Vermögensverwaltungsfirmen, das Hedera-Netzwerk zur Tokenisierung ihrer Vermögenswerte, 8,8 Billionen, zu nutzen und macht mich äußerst optimistisch für die Zukunft von HBAR. Und, Freunde, das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren, sondern peu a peu und natürlich, wie gesagt, globale regulatorische Klarheiten müssen auch gegeben werden. Deswegen hat man sich hier in UK sich hier mit den Verantwortlichen getroffen und dementsprechend genau solche Regeln mehr oder weniger erschaffen, damit man hier freien Platz hat für DLT, Leute. Wenn du keine Zeit mitbringst, keine Geduld von A nach B gehst, dann von B zurück zu A, von A nach D gehst und so weiter, ja, also hin und her, mach deine Taschen leer, du nicht auffassen kannst, was hier rund um DLT und den jeweiligen, ich sag mal, Utility Coins, auserwählten Coins, Tokens, Projekten passiert, dann wirst du meiner Meinung nach so vieles links liegen lassen, aber wirklich so vieles, was mir natürlich leid tut, aber am Ende nicht jeder kann es schaffen, Leute. Wir müssen auch manchmal auffassen und reflektieren und in die Zukunft projizieren, was wir hier lesen, Tag für Tag, Woche für Woche, was hier passiert Richtung DLT. Ey, die Wall Street ist da, die Wall Street ist da, klar, nur, nur in Anführungsstrichen BTC Spot ETF. Das ist aber eine große Liebeserklärung für mich, Leute, Richtung DLT, ja, Blockchain, okay. Und die werden hier nicht Bitcoin Maxis werden oder sonst was, denen ist Bitcoin und DLT scheißegal und für wofür es steht, ja, dass wir unsere eigene Bank sind, unsere eigenen Daten und Informationen selber verwalten können und freigeben können sozusagen oder halt eben nicht. Das ist völlig wurscht, kackegal. Entweder die bauen auf, auf Projekten, weil es günstiger, effizienter ist oder Bitcoin als digitale Goldersatz oder sonst was und weil man durch die ETFs, Spot ETFs natürlich die Vermögensverwalter natürlich dadurch, ja, natürlich was generieren können oder was erwirtschaften können, Gewinne, ja. Leute, weiterhin klug investieren, mehr kann ich nie sagen und möchte ich auch nicht. Keine finanzielle Beratung an dieser Stelle. Ja, wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video. Und natürlich Sonntag 10 Uhr Livestream nicht vergessen. Ciao, ciao, euer Abon. Ciao, 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 ciao.